hallo liebe leute und herzlich willkommen zurück zum neuen video von uns mein name ist der buddha und wir sind die sniggler skill und wir machen hier auf youtube videos rund ums thema pack exe so heute ein video zum brüten ein kleiner brüt guide mal ein bisschen drüber reden was sind die wichtigen sachen wo sind die unterschiede zwischen den klassen wo sind die unterschiede zwischen den raritäten was kostet das ganze überhaupt und am ende machen wir auch noch mal einen brütvorgang zusammen also ich würde sagen viel spaß beim video als allererstes wollen wir mal über die raritäten reden und wie die sich denn durchs brüten fortpflanzen die allerersten 5000 pegas die es damals beim minden gab das waren alles die founding pferde über die habe ich ja auch schon öfters mal geredet und diese founding pferde kann man ein bisschen vergleichen mit den origin axis dies bei axi infinity gibt ich glaube bei axi die gab es so um die 3400 origin axis und hier bei pack axi gibt es 4982 founding pferde wenn man jetzt zwei founding pferde miteinander brütet founding ist hier jetzt die höchste rarität wenn man die miteinander brütet dann kommt ein legendäres raus wenn man ein founding aber zum beispiel mit etwas anderem brütet mit einem legendären oder mit einem epischen oder rahmen oder dann pacer dann kommt auf jeden fall kein legendäres raus man kann diese matrix ja relativ einfach verstehen sobald ich ein founding brüte mit einem legendären kommt ein episches sogar nur noch raus das heißt zwei legendäre miteinander kommt ein episches raus und episches mit einem epischen kommt ein rares raus und ein rares mit einem rahmen kommt ein pacer raus also auf die lange sicht weit gesehen werden wir irgendwann nur noch pacer haben also die meisten pferde wenn nur noch pacer sein das bedeutet auch wiederum dass die anzahl von foundings sind ja sowieso vorher festgelegt es sind 4982 die wird es nie wird es mehr als die anzahl an fauldings geben und dadurch ist auch schon die anzahl von legendaries epischen und rahmen auch festgelegt denn die kann nicht erhöht werden es gibt maximal kann jedes pferd sieben mal gebrütet werden das heißt aus einem founding können maximal sieben legendäre rauskommen und genau das ganze kann man sich auch mal hier auf pack exe angucken wir wissen es wir lieben die seite asset man nee wir wollen hier auf global statistics gehen und da sehen wir dann hier so eine übersicht wie es denn gerade ausschaut hier einmal die blood types über die wollen wir gleich noch mal reden aber hier auch noch mal genau die raritäten wir haben jetzt schon 44 prozent pacers und zum beispiel im vergleich dazu nur 9 prozent nur noch foundings die hier sind die 4982 das bedeutet dass diese pacers halt immer immer mehr werden so viel erst mal zu den raritäten jetzt gucken wir uns noch mal die verschiedenen blutlinien an impact exe gibt es vier verschiedene blutlinien und das ist einmal zen klin campona und dann hoss und diese vier blutlinien haben jetzt im gameplay und eigentlich auch in der winrate und im spiel an sich nicht den riesenunterschied einen unterschied haben wir dann hier waren wenn es darum geht diese cool down guide zu haben beim brüten und man sagt so zen ist das unedelste denn das hat beim mitten nur 100 dollar gekostet klin hat glaube ich 200 gekostet campona 300 und hoss hat dann glaube ich 500 gekostet das heißt beim mitten gab es am wenigsten am geringsten hoss und gibt es gab es dann damals auch und ist auch noch so das gucken wir uns aber gleich in der statistik an das allererste was wir hier sehen ist einmal der cooldown für ein pega nachdem es gebrütet hat ihr müsst euch vorstellen ihr habt ein pega brütet dieses und das braucht dann in der zen klasse 96 stunden damit es wieder brüten kann und im vergleich dazu in der hoss klasse nur 24 stunden das bedeutet man kann hier schneller seine pferde durchbrüten je ja sagen wir mal ich will nicht sagen reiner aber je besser die blutsklasse ist ich zum beispiel brüte momentan campona weil ich selber vermute dass es irgendwann die meisten pferde geben wird das werden hoss pacer sein hoss natürlich jeder will hoss brüten und auf die lange sicht gesehen glaube ich dass es am meisten hoss pacer immer geben wird deswegen habe ich mich dafür entschieden campona zu brüten außerdem finde ich sehen campona mega nice aus mit diesen schwertern als hinten als flügel gefällt mir sehr sehr gut ich habe auch ein founding zen das behalte ich als zero von seven breed aber genau hoss vielleicht hole ich mir auch irgendwann mal ein hoss wer weiß aber das nächste ist die länge die ein also die anzahl an stunden die ein neugeborenes pferd braucht bis es anfangen kann zu racen da sehen wir wieder sen braucht 96 stunden und 24 stunden bei meinen campona bevor die anfangen können zu racen warte ich immer zwei tage oder muss ich zwei tage waren und das allerletzte das ist bei allen vier gleich das bedeutet ein neues baby diese version zero seven zero out of seven breed was noch nicht gebrütet hat wie lang braucht das als cooldown bis es anfangen kann zu brüten und da sehen wir dass es bei allen gleich hier noch einmal kurz in die statistik eingeschaut bei pack exiland und da sehen wir momentan 20 prozent sind hoss campona haben wir 23 prozent klin haben wir 28 prozent und sehen auch 28 prozent man sieht hier jetzt schon klin hat schon langsam sehen eingeholt weil zeit einfach schneller geht das sah vor ein paar tagen noch anders aus da war klin noch weniger und campona ja das wird die auch ganz langsam einholen und hoss irgendwann also meine vermutung auf lange sicht weil jeder will natürlich das reinste die beste klasse brüten und das ist nun mal hoss momentan aber die wird dadurch dann auch die die am weitesten verbreitete klasse meiner vermutung nach alles auch nur spekulation das allerletzte was ich euch jetzt noch mal zeigen möchte bevor wir selber brüten sind die brütkosten und da sehen wir das wird von breed count zu breed count immer teurer bedeutet eine virgin ein neu gebrütetes pferd was noch gar nicht gebrütet wurde kostet pro fährt ganz wichtig hier steht per pega kostet pro fährt 2000 bis das bedeutet um ein neues baby zu brüten braucht man insgesamt 4000 bis und pro breed dann aber auch nur 30 pgx und beim nächsten schritt sehen wir schon das ist schon direkt verdoppelt das heißt beim zweiten mal zahlen wir pro fährt 4000 also insgesamt pro brütvorgang 8000 bis das sind stand heute 204 dollar zusammen mit den 30 pgx und dann haben wir noch genau beim nächsten schritt sind es dann 6000 da kommen dann noch mal sozusagen wieder die 2000 nummer drauf und dann haben wir noch mal wieder ein 4000 also noch mal als nächste sehen wir einen sprung von 10.000 und dann ist ja noch mal die verdoppelung davon also hier am ende zu brüten ist natürlich das lohnt wirklich nur würde ich vermuten bei founding fern wenn man legendäres heraus haben möchte als zero breeder dass man dann wieder noch mehr epische brüten kann aber bei allem anderen lohnt sich das nicht momentan ist es so ich brüte bis zum dritten mal und dann ist es auch nicht mehr rentabel da sind wir dann beim vierten mal würde es kosten würde es 660 dollar kosten ein fährt zu brüten und 600 dollar sind die florpreise gerade genau eine weitere seite die ich euch immer zeigen möchte ist die hier ist jetzt die internetseite für die brütkosten die heißt ralfilius punkt github punkt eo pack exe einfach mal ralfilius pack exe googeln dann findet ihr das oder breeding kalkulator pack exe und da sehen wir es hier jetzt hier haben wir die verschiedenen breed counts und ich glaube ich habe gerade irgendwas von 200 dollern geblabbert das war auf jeden fall gelogen da habe ich mich verguckt hier sehen wir zwei versions miteinander zu brüten kostet gerade 139 dollar dann als nächstes eins und eins zusammen sind weil bei 271 dollar und hier das sind diese 660 von denen ich gerade geredet hat wenn wir drei zwei drei von sieben brüten rang miteinander brüten haben wir 660 666 und da ist der florpreis aber schon bereits bei 600 genau da ist dann hier die ecke wo sich nicht mehr lohnt das heißt beim zweiten mal kann man auf jeden fall noch mal brüten aber dann auch nicht mehr genau die seite ist auch super kann man sich mal ist wirklich super aktuell kann man noch ein bisschen andere sachen rumspielen aber das wollen wir uns jetzt gar nicht angucken lassen uns mal zusammen einen brütvorgang machen was ich euch noch mal kurz zeigen kann ich brüte momentan mit dem guten herrn behle bei mir aus der sneglers gilt zusammen und genau da habe ich ein axel gestellt das ist dieses campona mail pacer das hat so eine winquote von 24 sieht man jetzt auch schnell breed count ist jetzt schon bei 1 weil ich das schon einmal gebrütet habe und sein pferd ist dieses schöne campona das ist dann das female das gegenstück das habe ich noch gar nicht erzählt genau man braucht nämlich ein mail pferd und ein female pferd die man miteinander brüten kann und da sehen wir hier er hat eins mit einer winquote die hatte 33 als er es mir gesendet habe ich ein bisschen hochgezockt ein bisschen hochgeschraubt und hat jetzt 36 und ein breed count von 1 von 7 wir sehen wir können das in zwei minuten wieder miteinander brüten und daraus ist ja schon ein kind gekommen und das ist das neglers kind das neglers kind werde ich dann wiederum mit dem bobby aus der gilt weiter brüten es hat halt immer den vorteil dass man dann einfach nur ein zero breeder braucht von einer gewissen mit einer mit einem geschlecht und man sich das andere teil halt dazu so holen kann und es ist einfach den behler habe ich damit jetzt zum spiel geholt ihm das erklärt ihm ermöglicht noch ein zweites zu brüten und genau das gleiche machen mit dem bobby auch dem werde ich das dann auch ermöglichen und das ist das kind was rausgekommen ist man kann jetzt von den stats noch wirklich nicht sagen ob das gut ist oder nicht ist ein female geworden winquote sieht man noch nicht da ist auch gleich erst anfangen kann zu racen wir erinnern uns achten an die 48 stunden und genau es wird dann aber 96 stunden später kann ich dann wieder brüten mit dem bobby und jetzt gucken wir uns das gleich mal in einer minute an mit dem breeding wir gehen jetzt hier oben auf den tab breeding und dann sieht man auch schon dass automatisch die reingeladen werden wir haben jetzt einmal hier salazar und destroyer destroyer ist ja schon auf breed count nummer zwei den wollen wir jetzt nicht aber salazar wollen wir mit dem guten pferd von dem bähle zusammen brüten genau salazar wählen wir jetzt hier aus und dann wählen wir bähles pferd noch aus und dann drücken wir auf breed dann werden uns hier einmal die kosten angezeigt von dem wir gerade schon geredet haben wie wir gesehen wir haben hier 4000 bis 4000 pro fährt und pro breed 30 pgx und der liebe bähler hat sich einen namen gewünscht und das ist die fast snail hat er sich gewünscht jetzt müssen wir noch zwei transaktionen approven das machen wir mal kurz hier da gehe ich natürlich von den gas fees schön hoch damit das auch fix geht und bestätige das ganze einmal für das erste pferd und das gleiche machen wir hier noch mal für das zweite pferd da gehen wir natürlich auch wieder hoch kostet ja zum glück alles nichts auf der polygon chain und jetzt warten wir kurz und dann können wir gleich hier den breed button klicken hier jetzt den breed button drücken dann kommt noch mal eine transaktion die wir natürlich auch wieder bisschen hochschrauben die ist dann tatsächlich ein wenig teurer kostet hier fast ein halbes matic aber gut also ein dollar reden wir jetzt hier gerade von das ist überschaubar auf jeden fall und die schicken wir ab und dann müssten wir gleich auch schon das baby angucken können und hier haben wir es geschafft hier ist der bildschirm congratulations you got a new pega und das gucken wir uns jetzt direkt mal an ich bin sehr gespannt und hier ist das gute fast snail ist auch ein female geworden nice und hat auch richtig geile stats 5 3 7 5 8 und 7 richtig gut sehr schön tatsächlich sagen die stats ja noch gar nicht viel aus über die win quote und die stats werden auch nicht wirklich vererbt also sowohl von eltern und mutter wird da nicht ist random sagen die entwickler und genauso das gleiche spiel haben wir auch mit der win rate also ich habe auch schon einmal mit der jackie zusammen gebrütet und unsere elternteile hatten beide so um die 26 bis 28 prozent mein kind was raus kam hatte 23 prozent und ihr kind was raus kam hatte 49 prozent win quote also wirklich total random ich bin gespannt wie das pferd performen wird wir werden es in 48 stunden ausprobieren können der behle wird es ausprobieren können und ja ich bin gespannt das war es auch schon zum video das war eigentlich alle informationen die ich euch geben wollte zum brüten die es bisher gibt oder die mir bekannt sind wenn es euch gefallen hat lasst doch einen daumen da wenn ihr noch eine frage habt schreibt es mir einfach unten in die kommentare rein und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video bis dahin save the planet